Einige sogenannte Überlebensexperten behaupten, dass es in einer kritischen Situation, wenn du kein Wasser hast, in Ordnung ist, auf die Toilette zu gehen und dann diese Naturlimonade zu trinken. Nun, hör gut zu. Das ist nichts als ein extrem gefährlicher Mythos. Es ist nicht nur ekelhaft, sondern stillt auch nicht deinen Durst. Mehr noch, sie werden den gegenteiligen Effekt erleben und viel schneller dehydrieren. Sehen Sie, dieses Blasengebräu ist der letzte Schritt des Körpers im Versuch, Abfallstoffe loszuwerden. Kein Wunder, dass es voller Abfallprodukte ist, die Sie auf keinen Fall wieder in Ihren armen, dehydrierten Körper einführen sollten. Es funktioniert jedoch genauso wie Wasser, wenn Sie Ihre Körpertemperatur ein wenig senken möchten. Fühlen Sie sich frei, Ihre gelben Flüsse zu nutzen, um Ihre Kleidung zu befeuchten, falls Sie sich erfrischen wollen. Ein weiterer weitverbreiteter Mythos zur Hydrierung des Körpers besagt, dass man an einem Stein lutschen soll, wenn man dehydriert ist. Nun, es stimmt zwar irgendwie, dass das Lutschen an einem Stein den Speichelfluss anregen kann. Es handelt sich tatsächlich um eine alte Überlebensstrategie, die einst weltweit von Menschen genutzt wurde. Aber es bietet keine tatsächliche Hydratation, da, offensichtlich, man kein Wasser aus dem Stein selbst bekommen kann. Darüber hinaus besteht die Gefahr, den Stein versehentlich einzuatmen, wenn er klein ist, und dies kann zu Erstickungsgefahr führen. Und schließlich, man weiß nie, was dieser Stein in seinem Leben erlebt hat, bevor man irgendwie beschloss, daran zu lutschen. Sie haben vielleicht gehört, dass Moos auf der Nordseite von Bäumen wächst und dass man dieses Wissen nutzen kann, um sich durch einen Wald zu navigieren. Ich muss Sie enttäuschen. Entgegen der landläufigen Meinung und dem, was oft in Cartoons und Filmen dargestellt wird, wächst Moos nicht immer auf der Nordseite von Bäumen. Das Wachstum von Moos hängt von der Art und dem lokalen Klima ab. Es gedeiht dort, wo die Bedingungen am günstigsten sind. Und das hat nichts mit Norden oder Süden zu tun. Verlassen Sie sich also nicht zu sehr auf diese Regel. Raumdecken funktionieren tatsächlich. Trotz Ihres dünnen, an Müllsäcke erinnernden Aussehens können Mühl-Arr-beschichtete Notfalldecken Sie tatsächlich warm halten. Der Schlüssel liegt in Ihrer Aluminiumbeschichtung, die thermoreflektiv ist. Dies ermöglicht es der Decke, Infrarotenergie zu reflektieren und Wärme zu speichern. Wenn Sie Schock- oder Kälteeinwirkung ausgesetzt sind, verliert Ihr Körper Wärme an die Luft, was zu einem Abfall der Körpertemperatur führt. Eine Rettungsdecke hilft dabei, dies zu verhindern, indem Sie die Feuchtigkeit in Ihrer Kleidung hält und die Verdunstung reduziert, was wiederum den Wärmeverlust begrenzt. Wickeln Sie sich in eines dieser Alufolien-ähnlichen Blätter ein und Sie werden viel wärmer bleiben. Ein weiterer Vorteil, diese Decken sind kompakt und erschwinglich. Vergessen Sie also nicht, sie in Ihren Rucksack zu packen, bevor Sie aufbrechen. Viele Menschen denken, dass sie, wenn sie sich im Freien verirren, zuerst Nahrung finden müssen. Das ist ein gefährlicher Irrglaube. In einer solchen Notsituation sollte man Wasser und Unterschlupf vor Nahrung priorisieren. Eine Studie aus 2009 zeigt, dass Menschen bis zu zwei Monate ohne Nahrung und zwischen 8 und 21 Tage ohne sowohl Nahrung als auch Wasser überleben können, auch wenn diese Zahl je nach Individuum und Umweltfaktoren variiert. In Überlebenssituationen ist es weit wichtiger, Wasser und Unterkunft zu finden, als Nahrung zu beschaffen. Unter extremen Bedingungen können Sie möglicherweise nur drei Stunden ohne angemessenen Schutz und drei Tage ohne Wasser überleben. Wenn Sie Wasser und Unterkunft haben, erhöht dies Ihre Überlebenschancen erheblich. Leider gibt es auch viele Missverständnisse über die Behandlung von Unterkühlung. Zum Beispiel die Behauptung, dass ein heißes Bad diese Krankheit heilen kann. Es stimmt zwar, dass Erwärmung unerlässlich ist, wenn man es mit Unterkühlung zu tun hat, bei der die Körperkerntemperatur unter die normalen 37 Grad Celsius fällt. Das Platzieren einer unterkühlten Person in eine heiße Badewanne kann extreme Schmerzen verursachen und möglicherweise eine ernste gesundheitliche Bedingung wie einen Herzinfarkt auslösen. Stattdessen sollte man Wärmflaschen unter die Achseln der Person legen oder Haut zu Haut Wiedererwärmung verwenden. Vermeiden Sie die Nutzung von hochgradigen Wärmequellen. Diese können in dieser Situation äußerst schädlich sein. Ein weiterer Mythos im Zusammenhang mit Hypothermie ist, dass man eine unterkühlte Person schlafen lassen sollte. In Wirklichkeit ist es entscheidend, sie wach zu halten, während man sie aufwärmt. Symptome wie Zittern, Verwirrtheit, lallende Sprache und Ungeschicklichkeit deuten auf eine schwere Hypothermie hin und Benommenheit kann folgen. Eine unterkühlte Person schlafen zu lassen, kann gefährlich sein und möglicherweise zum schlimmsten Ergebnis führen. Bleiben Sie wachsam und stellen Sie sicher, dass die Person bei Bewusstsein bleibt, während Sie sie aufwärmen. Wie steht es mit der Ernährung einer unterkühlten Person? Sie haben vielleicht gehört, dass man dies auf keinen Fall tun sollte. Aber das ist bei leichten und mittelschweren Fällen von Unterkühlung tatsächlich falsch. Die Behandlung von Unterkühlung unterscheidet sich von der bei einem normalen Schock. Jemanden in einem Schockzustand zu füttern ist gefährlich, da er erbrechen und ersticken könnte, wenn er das Bewusstsein verliert. Bei mäßiger Unterkühlung sind jedoch kleine, wiederholte Dosen von kalorienreichen Lebensmitteln vorteilhaft. Solche Lebensmittel erzeugen Stoffwechselwärme und helfen der unterkühlten Person, ihre Fähigkeit zur Erzeugung von Körperwärme wiederzuerlangen. Wenn man sich in der Wildnis verirrt, kann man alles essen, was Tiere essen. Naja, halt mal! Das könnte einer der gefährlichsten Survival-Mythen sein. Obwohl Menschen einige biologische Ähnlichkeiten mit anderen Tieren teilen, gibt es erhebliche Unterschiede in unserer Ernährungstoleranz. Einige Pflanzen, die für Tiere sicher sind, können für Menschen äußerst gefährlich sein. Vögel zum Beispiel verzehren verschiedene Beeren, von denen einige für uns giftig sind. Selbst Eichhörnchen, die normalerweise Nüsse fressen, die für Menschen sicher sind, knabbern manchmal an Pilzen und Nüssen, die uns sehr krank machen können. Nur weil ein Tier etwas isst, bedeutet das nicht, dass es für dich sicher ist, darauf herumzukauen. Dies ist ein Glaube, dass man, um Wasser zu finden, fliegenden Vögeln folgen sollte. Aber diese Methode ist äußerst unzuverlässig. Während einige Wasservögel selten weit vom Wasser entfernt sind, ziehen viele Arten weit umher auf der Suche nach Nahrung. Es gibt Leute, die glauben, dass Gänse bei Dämmerung in Richtung Wasser fliegen. Aber diese Vögel könnten einfach nur zu einer Lichtung fliegen, um sich für die Nacht auszuruhen. Es ist allgemein verbreitet, dass man Holz mit dem Daumennagel eindrücken kann, es dann zum Entzünden eines Reibungsfeuers geeignet sei. Dieser Mythos ist ziemlich weit verbreitet, aber er ist nicht verlässlich. Einige weichere Hölzer, die den Daumennageltest bestehen, sind ineffektiv, während einige dichtere Hölzer sehr gut für Reibungsfeuer geeignet sind. Der Erfolg des Daumennageltests ist zufällig. Es ist insgesamt keine verlässliche Methode. Also hören Sie auf, Ihre armen Nägel zu zerstören. Ein weiteres Missverständnis im Zusammenhang mit Reibungsfeuern ist die Annahme, dass man Hartholz verwenden sollte, um die besten Flammen zu erhalten. Obwohl Eiche und andere Harthölzer hervorragend als allgemeines Brennholz geeignet sind, sind sie nicht ideal für Reibungsfeuer. Die hohe Entzündungstemperatur und Dichte von Hartholz machen es ungeeignet für Reibungsfeuerbohrer oder Bretter. Stattdessen können sie nichtharzige Weichhölzer wie Pappel, Linde, Zeder und Weide verwenden, die viel besser zum Entzünden von Reibungsfeuern geeignet sind. In einer Notsituation kann der Verzehr von rohem Fleisch und Meeresfrüchten Ihnen helfen zu überleben. Nun, das ist nicht ganz richtig. Tatsächlich zeigen Überlebenssendungen oft Moderatoren, die alle möglichen rohen Dinge essen. Aber das ist nicht die beste Überlebenspraktik. Rohes Tierfleisch kann Krankheitserreger enthalten, darunter Bakterien, Viren und andere Mikroorganismen. Sie können beim Menschen leicht schwere und schwer zu diagnostizierende Krankheiten verursachen. Viele Menschen verzehren Sushi und haben keine gesundheitlichen Probleme. Das liegt daran, dass bestimmtes rohes Meeresfrüchte aus Salzwasser sicher ist, da die darin enthaltenen Krankheitserreger für Menschen nicht schädlich sind. Um Gesundheitsrisiken zu minimieren, stellen sie immer sicher, dass Fleisch und Meeresfrüchte vor dem Verzehr richtig gekocht werden. Zwei Stöcke aneinander zu reiben, wird wahrscheinlich kein Feuer entfachen. Natürlich ist Reibung eine echte Methode, um eine Flamme zu erzeugen. Aber Techniken zur Reibungsfeuererzeugung erfordern Geduld, Übung und sogar ein bisschen Glück. Es mag in Filmen oder Fernsehsendungen einfach aussehen, aber seien Sie nicht übermütig und glauben, Sie könnten es ohne viel Übung in einer stressigen Situation schaffen. Wenn Sie es trotzdem ausprobieren möchten, verwenden Sie eine schnelle Abwärtsbewegung anstatt viel Kraft. Okay, nehmen wir an, Sie haben nicht genug Geduld, um ein Feuer durch Reibung zu entzünden, aber Sie haben Streichhölzer. Nun, die Streichhölzer sind einmal nass geworden, aber jetzt sind sie alle trocken. Großartig! Nein, nicht wirklich. Es ist ein Mythos, dass getrocknete Streichhölzer so funktionieren, wie sie sollten. Die in Streichhölzern verwendeten Chemikalien sind nämlich anfällig für Feuchtigkeit und Nässe. Gewöhnliche Sicherheitsstreichhölzer haben eine Packung mit einer Reibfläche, die aus einem körnigen Material besteht. Zum Beispiel gemahlenes Glas gemischt mit Phosphor. Der Kopf des Streichholzes besteht ebenfalls aus Schleifkorn, zusammen mit Schwefel und einem Oxidationsmittel. Eine winzige Menge an Wärme, die entsteht, wenn man ein Streichholz entzündet, wird durch die Reibung des Glaspulvers verursacht, das aneinander gemahlen wird. Es wandelt den Phosphor in weißen Phosphor um, der dann Feuer fängt. Streichholzköpfe, die einmal nass waren, werden einfach nicht brennen, weil das sorgfältige chemische Gleichgewicht darin gestört ist. Wenn du also an einen Ort gehst, an dem es nass werden könnte, investiere entweder in wasserdichte Streichhölzer oder bewahre deine Streichhölzer in einem wasserdichten Behälter auf. Manche Menschen glauben, dass ein großes Feuer eine Unterkunft überflüssig machen kann. In Wirklichkeit jedoch ist selbst ein Feuer, das aus großen Holzstämmen besteht, kein Grund, diesen wichtigen Schritt zu überspringen. Es kann anfangen, stark zu regnen, und die Flammen gehen sofort aus. Außerdem ist es nicht besonders angenehm, im Freien zu schlafen. Wilde Tiere werden sich eine leckere Mahlzeit nicht entgehen lassen. Es ist also immer eine lohnende Investition, sich die Zeit zu nehmen, einen Schutz zu bauen, der einen vor den Elementen und wilden Tieren schützt. Es gibt ein Mythos, dass alle Basisschichten gleichermaßen gut funktionieren. Leider ist das nicht wahr. Zum Beispiel kann Baumwolle zu Unterkühlung führen, wenn man sie als primäre Basisschicht bei kaltem Wetter verwendet. Dieser Stoff ist großartig zum Tragen im Haus, aber besser geeignet für heiße, trockene Klimazonen. Sobald Baumwolle nass wird, verliert sie ihre isolierenden Eigenschaften vollständig. Sobald sie zu schwitzen beginnen, zieht die Feuchtigkeit in die Baumwollfasern ein und ihre Kleidung beginnt, ihren Körper durch Leitung abzukühlen. Bedenken Sie, dass Baumwollfasern bis zum 27-fachen ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen können. Und dann speichern sie diese Flüssigkeit bis zu 8 Mal länger als Wolle oder synthetische Stoffe. Die Regel lautet also, wenn es kalt genug für einen Strampler ist, ist es zu kalt für Baumwolle. Einer der beliebtesten und gefährlichsten Überlebensmythen, die in Filmen dargestellt und in Büchern beschrieben werden, ist, dass man das Gift aus einem Schlangenbiss aussaugen kann. In Wirklichkeit funktioniert das nicht. Noch schlimmer, es erhöht das Infektionsrisiko für die betroffene Person, indem es eine größere Wunde schafft. Und das ist eine Wunde mit Bakterien übersehten menschlichen Spucke darin. Legen Sie einfach einen Druckverband auf die Wunde und versuchen Sie, so schnell wie möglich medizinische Hilfe zu bekommen. Man könnte denken, dass man sich mit einem GPS nie verlaufen wird. Natürlich sollten Sie immer ein GPS-Gerät mitnehmen, wenn Sie wandern gehen, vorausgesetzt, Sie besitzen eines. Ein GPS-Gerät dabei zu haben, beruhigt. Aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass diese Geräte nicht unfehlbar sind. Sie können Ihr Gerät verlieren oder es kaputt machen, oder der Akku kann leer werden. Deshalb ist es besser, eine Karte und einen Kompass dabei zu haben und zu wissen, wie man sie verwendet. Schließlich geht es bei der Navigation nicht nur darum, zu wissen, in welche Richtung man gehen muss. Es geht auch darum, zu wissen, wo man sich gerade befindet. Es gibt die weitverbreitete Annahme, dass man, wenn man in einer verschneiten Umgebung ohne Zugang zu Trinkwasser festsitzt, Schnee konsumieren sollte, um sich zu rehydrieren. Dies ist jedoch ein Missverständnis und kann tatsächlich zu weiterer Dehydrierung führen. Warum ist das so? Wenn Sie Schnee essen, verbraucht Ihr Körper Energie, um ihn zu schmelzen und zu erwärmen, wodurch Sie schneller Flüssigkeit verlieren. Außerdem kann der Verzehr von Schnee zu Unterkühlung führen, einer besonders gefährlichen Situation, wenn man allein in der Wildnis ist. Schnee könnte auch schädliche Bakterien enthalten, die Sie krank machen können. Wenn Sie keine andere Wahl haben, als Schnee zu konsumieren, schmelzen Sie ihn zuerst mit einer Wärmequelle. Vermeiden Sie zudem Schnee, der nicht frisch und weiß aussieht. Ja, vermeiden Sie diese Art von Schnee. Wenn Sie Erfrierungen erleiden, ist es entscheidend, schnell zu handeln. Es ist ein gefährlicher Irrtum, dass Sie heißes Wasser auf die betroffene Stelle auftragen müssen. In Wirklichkeit kann dies den Schaden verschlimmern. Stattdessen, wenn keine medizinische Hilfe sofort verfügbar ist, entfernen Sie nasse Kleidung und tauchen Sie die erfrorene Stelle in warmes Wasser. Verhindern Sie, dass der betroffene Bereich erneut einfriert und halten Sie ihn erhöht, um Schwellungen zu minimieren. Legen Sie einen Verband an die Stelle. Wenn es sich um Ihre Finger oder Zehen handelt, wickeln Sie jeden Einzelnen ein und legen Sie Wattepads dazwischen. Sie sollten sich nicht berühren. Und denken Sie daran, reiben Sie niemals den erfrorenen Bereich. Sollten Sie sich in der Wildnis verirren, versuchen Sie, einen Bach oder kleinen Fluss zu finden und ihm stromabwärts zu folgen, bis er in einen größeren Fluss mündet. Er wird Sie höchstwahrscheinlich zur Zivilisation führen. Glauben Sie nicht dem Mythos, dass Wasser sicher zu trinken ist, wenn Tiere daraus trinken. Reinigen Sie stets das Wasser, das Sie finden, um ernsthafte Gesundheitsprobleme zu vermeiden. Selbst klares Wasser kann gefährliche Mikroorganismen enthalten. Es ist auch ein Mythos, dass es sicher sei, kleine Mengen Salzwasser zu trinken. Dies kann tatsächlich viel schneller zur Dehydration führen, als gar kein Wasser zu trinken. Verwende Salzwasser, um deinen Körper bei heißem Wetter abzukühlen, aber trinke es nicht. Du stößt auf eine Höhle, während du dich in der Wildnis verlaufen hast. Und sie scheint ein idealer Unterschlupf zu sein, besonders wenn du Streichhölzer hast und Holz in der Nähe findest. Denke jedoch daran, dass du niemals ein Feuer in der Höhle machen solltest. Die Hitze kann dazu führen, dass sich die Steine ausdehnen und möglicherweise brechen, was zu Steinschlag oder einem Erdrutsch führen kann. Stattdessen baue dein Feuer außerhalb der Höhle, um sicher und warm zu bleiben. Wenn sie während einer Wanderung feststellen, dass sie sich verlaufen haben, hören sie sofort auf, sich zu bewegen. Es mag widersprüchlich erscheinen, aber an Ort und Stelle zu bleiben und einen Unterschlupf zu bauen, erhöht ihre Chancen, von Rettern gefunden zu werden. Diese Vorgehensweise verhindert auch, dass sie durch kontinuierliche Bewegung dehydrieren. Vielleicht haben sie gehört, dass man, wenn man auf einen feindlichen Bienenschwarm trifft, ins Wasser springen sollte und die summenden Kreaturen einen in Ruhe lassen werden. Das Problem ist, dass Bienen geduldig sind. Sie warten, bis man wieder auftaucht. Stattdessen sollten sie in einer geraden Linie so schnell wie möglich rennen, bis die Bienen die Verfolgung aufgeben. Noch besser ist es, Schutz in einem Auto, Haus oder öffentlichen Badezimmer zu finden. Hier sind noch ein paar zusätzliche Überlebenstipps als Bonus. Behalten Sie diese im Hinterkopf und Sie werden für jede Art von Notfall vorbereitet sein. Beim Aufeinandertreffen mit einer Schlange nähern Sie sich ihr nicht und versuchen Sie nicht, sie zu verscheuchen. Schlangen sind empfindlich gegenüber Vibrationen, daher können Geräusche wie lautes Sprechen, Klatschen oder Stampfen dazu beitragen, dass sie sich zurückzieht. Falls möglich, gehen sie einfach vom Reptil weg. Wenn du von einer Klippe fällst, versuche deinen Sturz in mehrere kürzere Teile zu unterteilen, um den Aufprall zu dämpfen. Das Festhalten an stabilen Objekten wie Büschen oder Felsen kann deinen Fall verlangsamen und deine Überlebenschancen erhöhen. Wenn du durch Eis gebrochen und ins eiskalte Wasser gefallen bist, versuche nicht, dich direkt am Eisrand herauszuziehen. Das Eis wird wahrscheinlich brechen. Stattdessen kicke mit den Beinen, um deinen Körper in eine horizontale Position zu bringen und schlängle dich dann auf das Eis. Sobald du auf dem Eis bist, bleibe ausgestreckt, um dein Gewicht zu verteilen und weitere Brüche zu verhindern. Wenn du auf See auf einen Strudel triffst, bleib ruhig. Verstehe die Drehrichtung, bewege dich entlang seiner Seite und nutze die Strömung, um dich aus der Gefahr zu befreien. Wenn du eingeschlossen bist, nimm einen tiefen Atemzug und warte auf die Gelegenheit, wegzuschwimmen, wenn der Strudel nachlässt. Wenn Sie bei einem Erdbeben unter Trümmern gefangen sind, schützen Sie Ihr Atemsystem und sparen Sie Ihre Luftvorräte. Verwenden Sie Ihr Hemd als provisorische Kapuze, um Ihr Gesicht vor Staub und Trümmern zu schützen, während Sie versuchen, die Oberfläche zu erreichen. Wenn du im Treibsand steckst, halte deinen Kopf und deine Arme über der Oberfläche. Bewege deine Beine langsam, um den Treibsand den Raum füllen zu lassen und mehr Bewegungsfreiheit zu schaffen. Lege dich auf den Rücken, um deine Oberfläche zu vergrößern und befreie dich mit sanften Bewegungen. Wenn Sie kein Zündholz zum Anzünden eines Feuers haben, benutzen Sie Junkfood, beispielsweise Chips. Aufgrund Ihres hohen Fettgehalts können Sie als effektive Ersatzmittel für trockene Blätter dienen. Spaghetti-Nudeln können ebenfalls im Notfall verwendet werden.